Pfingst Montag ist vorbei und somit beginnt für mich der zweite Tag meiner Radreise. Dieser Tag führt mich weiterhin entlang dem Rhein. Nicht immer läuft alles so, wie ich es mir vorgestellt habe. Auf dem Weg gibt es immer wieder Umleitungen, die mich ziemlich viel Zeit und Nerven kosten. Aber auch die Suche nach einer geeigneten Unterkunft fordert mich ziemlich. Wie es weitergeht, das seht ihr gleich im Anschluss. Einen schönen guten Morgen, ich verlasse soeben den Campingplatz. In der Nacht gab es ziemlich heftiger Regen. Es war eine Bewährungsprobe für mein neues Zelt, hat aber einwandfrei geklappt. Das Zusammenpacken bei nassen Verhältnissen ist natürlich nicht so toll, aber ging auch irgendwie. Heute folge ich ganz streng der Eurovelo 15, den Rheinradweg, das Bauschild unten rechts. Und jetzt, diese unscheinbare Hütte scheint noch aus dem Zweiten Weltkrieg zu sein, denn im Indem sieht das nach einer Schiesscharte aus. Spannend! Wie sollte es anders sein, unten an der Eurovelo 15 gab es eine Baustelle mit Fahrverbot. Nun darf ich eine Umleitung fahren, ich folge jetzt einfach mal der Richtung nach Preissach und hoffe das kommt gut, nicht so wie gestern. Es ist bereits der dritte Versuch von mir, um wieder auf die Eurovelo 15 zu kommen, aber jetzt mal kurz vorher steht Baustelle und die Schilde dahin, die sind nicht durchgestrichen, super, geht gar nicht. Das hier habe ich gemeint, überall Umleitung, wirklich übel. Fast hätte ich die Hoffnung aufgegeben, aber endlich bin ich wieder zurück auf dem Eurovelo 15. Ich hoffe es war die erste und letzte große Baustelle, denn die Umleitung, die hat mich sicher fünf Kilometer gekostet. Nun geht es weiter. Seit zwei Stunden bin ich jetzt unterwegs. Das Witzige dabei ist, ich habe noch keinen anderen Radreisenden gesehen. Liegt wohl daran, dass die Feiertage vorbei sind, weil gestern wimmelt es nur so von Leuten auf dem Weg. Aber mir soll es recht sein, ich habe es lieb, wenn niemand unterwegs ist. Mein nächstes Ziel ist Breisach, Breisach liegt etwa noch 15 Kilometer entfernt. Ich möchte euch mal zeigen, wie der Rhein hier an dieser Stelle aussieht. Wir befinden uns kurz vor Breisach. Jetzt sieht es, der Rhein ist ziemlich breit. Obwohl, hier ist jetzt ein bisschen zusammengekommen. Wenn man zurückblickt, sieht es noch breiter aus. Und der Witzelrand, das ist der Altrhein, hier auf der deutschen Seite. Auf der anderen Seite ist der Neurhein, der gehört zu Frankreich. Und der Neurhein, der wurde damals gebaut für den Chefstands Wort. Ups, bin ich schon zu weit geradelt. Seit dem Frühstück ist es schon eine Weile her. Ich verlasse jetzt die Eurovelo 15 und suche mir etwas fürs Mittagessen. Kilometer 75. Vorher habe ich noch zum Mittag gegessen. War nichts gesundes. Es gab ein Boble, das war so ein Mürbteiggebäck mit Rosinen, Haselnuss. War lecker. Und dann noch eine kleine Süssspeise dazu. Vorhin bin ich ganz in der Nähe vom Europapark Russ vorbeigefahren. Der Kilometerstand für heute ist schon über 100. Also das gibt auch wieder eine schöne Zahl am Schluss des Tages. Langsam muss ich mich um den Zeltplatz kümmern. Es ist jetzt doch schon 2 Uhr. Mal gucken, wo ich dann was finde. Zwischendurch braucht es auch mal eine Pause. Und da lohnt es sich natürlich die Aussicht auf den Rhein zu geniessen. Und zwischendurch dauert es auch wieder mal ein Ciocci sein. Diese Nacht werde ich hier in der Radstation Meissenheim verbringen. War eine spontane Entscheidung. Eigentlich wollte ich auf den Zeltplatz. Aber das lag so auf dem Weg. Da habe ich mir gedacht, gucke ich mal rein. Und hier ist mein Übernachtungsquartier. Die Piratenkoje. Das Bett hat sogar ein Fliegennetz. Sehr cool. Gefällt mir. Hier drüben ist noch mein Zelt von letzter Nacht. Das wurde leider pflotschnass und es kam nun trocken. Zum Nachtessen gibt es heute Teigwaren und Tomatensauce. Was gibt es Leckeres? So sieht die Küche hier aus in der Unterkunft. Also wirklich sehr schön eingerichtet. Richtig rustikal.